Für diese Aufgabe musst du alles, was du bis jetzt gelernt hast, geschickt einsetzen. Probiere folgendes Spiel zu programmieren. In dem Spiel musst du mit einem Objekt, in diesem Fall dem blauen Alien, einem herabfallenden Objekt, also dem grünen Alien, ausweichen. Generell brauchst du für dieses Programm drei Objekte, eine Hauptfigur, ein Objekt, das hinunterfällt und ein Game-Over-Bildschirm. Hier ein paar Hinweise, um die Aufgabe zu lösen. Der blaue Alien, die Hauptfigur, muss ein festes physikalisches Objekt sein. Zusätzlich muss er mit der Neigung deines Smartphones gesteuert werden. Das herunterfallende Objekt, der grüne Alien, muss als dynamisches physikalisches Objekt definiert werden. Am Anfang muss der Alien ganz oben platziert werden. Beachte, dass das Objekt auch außerhalb des Bildschirms platziert werden kann. Da er ein dynamisches physikalisches Objekt ist, fällt er von selbst. Allerdings muss er, wenn er den Bildschirm verlässt, wieder ganz oben außerhalb des Bildschirms platziert werden. Das muss fortlaufend passieren. Immer wenn der Alien eine gewisse Grenze überschreitet, soll er wieder ganz oben platziert werden. Damit es spannender ist, soll er an verschiedenen X-Positionen herunterfallen. Hier macht es Sinn, für die X-Position eine Zufallsfunktion zu verwenden. Wenn eine physikalische Kollision passiert, dann soll Game Over verschickt werden. Das Game Over-Objekt soll dann angezeigt werden. Diese Aufgabe ist schon wirklich sehr schwer. Wenn du sie lösen kannst, bist du wirklich schon ein Meisterprogrammierer. Viel Spaß!